ich wollte sie von ihrer tätigkeit nicht ablenken ich bin noch nicht so lange hier haben sie schöne menüs oder so haben wir leider hier noch nicht aber aber sie haben schön fisch ja also ich kann ihnen anbieten einen hummer gegrillten fisch schrimps mit soße und einen fischball schrimps mit soße das wäre lecker wie oft wollen sie es ich glaube ich probiere mich einmal durch bei den ganzen sachen ok also jeweils einmal genau genau und was habt ihr zuckerfreies zu trinken limonade ja aber das bestimmt viel zucker drinnen wegen mein diabetes wissen sie nee da ist gar kein zucker drin ok was haben sie noch energy drink aber da ist bestimmt zucker und bier ich glaube dann nämlich 2000 kaffee oder drei oder drei machen wir sofort super vielen dank sehr viel los oder sind ja eigentlich schon aber erst ein bisschen später ja weil das ja doch schon sehr abgelegen ja leider aber meistens ab 20 uhr kommen die grüppchen gut darf sonst noch was dann nee ich glaube sonst bin ich wunschlos glücklich alles klar bade mit karte ne mit karte bitteschön super vielen dank dass er gerne eine zwischenfrage stellen ja ich habe so einen süßen enkelsohn sind sie vergeben nein bin ich nicht dann muss ich den gleich mal anrufen alles klar okay super vielen dank wieder war ihr name wenn ich fragen darf ich bin die mel die mel ok vielen dank gerne schönen tag noch tschüssi die mel also hubert ab im pölz mit dir der verkehr kupplungs opi echt schnapp sie dir hubi al fubert bitte reiß ein und dann komm schnapp sie dir fahr ich mit dir zusammen hin und dann sage ich hier das ist mein enkel Quelle